Mein Name ist Muntasir Bila. Ich bin vor vielen Jahren zum Islam konvertiert. Ich war von 1996 bis 2008 im Knast hier in der BRD wegen Aktivitäten im Zusammenhang mit der antiimperialistischen Zelle. Wir haben immer darauf aufmerksam gemacht, dass die USA, die BRD und Israel die Nationen weltweit unterdrücken. Das ist das, was wir Imperialismus nennen. Ich habe immer wieder dazu aufgerufen, die Oma auch zu unterstützen, auch als ich noch nicht Muslim war. Ich habe mich dann immer mehr mit dem Islam beschäftigt und gemerkt, dass das der wahre Weg ist. Und ich bin religiös aufgewachsen, war ursprünglich vom christlichen Glauben. Und das hat mir in der Haft auch sehr viel Kraft gegeben, während der zwölfeinhalb Jahre im Knast den richtigen Weg gefunden zu haben. Warum sind Sie Muslim geworden? Ja, ich habe gesucht nach dem Sinn des Lebens. Viele von den Linken, mit denen ich zusammengearbeitet hatte, haben aufgehört. Und ich habe mich natürlich gefragt, wofür setzt man sich ein, wie setzt man sich am besten ein. Und ich hatte Studentenkollegen und so bin ich dann mit dem Islam in Berührung gekommen und habe so dann die wahre Religion gefunden. Warum sind Sie heute hier? Ja, heute ist ja die Provokation geplant gewesen seitens Pro NRW, den Faschisten praktisch den Islam zu verunglimpfen. Und das ist ja deren Wahlkampfmasche, in den verschiedensten Städten in Nordrhein-Westfalen gerade an Brennpunkten vor den Moscheen auch aufzutauchen und zu provozieren. Und so war auch das hier geplant, um dagegen zu protestieren, weil ich finde, dass die Muslime dagegen sich wehren sollten und zeigen sollten, dass sie eben für die Ehre des Propheten Sallallahu alaihi wa sallam eintreten und sich nicht einfach wegduken vor solchen Kräften. Deswegen bin ich hier gekommen, um das zu unterstützen. Ich möchte den Muslimen, gerade in den unterdrückten Ländern, in den von Imperialismus unterdrückten Ländern, viel Kraft wünschen, Kraft zum Widerstand gegen den Imperialismus. Und ich weiß die Verantwortung, die gerade wir als Muslime hier in den Zentralen des Imperialismus haben, dass wir Widerstand leisten müssen, um den Brüdern in der Umma zu helfen. Ich glaube, dass wenn Deutschland nicht andere Länder unterdrückt, ist der Koran keine Gefahr für Deutschland. Aber Deutschland muss aufhören, die Länder zu unterdrücken. Das heißt, sie müssen ihre Soldaten aus Afghanistan abziehen. Sie dürfen nicht die USA weiter unterstützen. Sie dürfen nicht Israel weiter unterstützen. Wenn sie sich friedlich verhalten und keinen unterdrücken, wird kein Mensch Deutschland angreifen.